Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Kanal. Heute sind wir unterwegs mit der Gang. Jetzt kommen noch später andere Leute. Was die moin? Moin, mein Gott. Ja, wie man das Titel lesen wahrscheinlich kann, fahren wir zum Skyline Park. Wir sind hier irgendwo in einer Raststätte und wir warten noch auf die anderen. Wir treffen uns hier und fahr mal dann dahin. Zwei Stunden circa. Und ja, ich würde sagen, ich werde auch nicht bei der Fahrt zu filmen. Ich habe mein GoPro dabei, bisschen Achterbahn, nichts ananlassen. Ich würde sagen, viel Spaß, lass schon mal ein Like da. Und ja, bis dann, ciao. Und ja, bis dann. Gott. Oh nein. Munkre die Welche sind. City lights looking fire And I know it is just my time now I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make Oh, moin moinsa Moin moinsa, wir sind hier Man, nicht von unten ohne mein Bad Oh, okay Äh, hier sind sie in der Achterbahn Wir gucken was wir filmen werden Also was ich filmen werde Aber, habt trotzdem viel Spaß Ich fühle mich, wenn ich in dieser Stadt Look at the beautiful stars I wanna drive the faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at the beautiful stars I wanna drive the faster car I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at the beautiful stars I wanna drive the faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Hi, man Wohan hat gelegen? Ja, nein, nein Frag man sich immer Wohan hat's gelegen? Nein, nein, nein Frag man sich immer Wohan hat's gelegen? Wohan hat's gelegen? Und? Ja, ich hab keine Mittagspause Danach geht's wieder Mauer Ich mein die Die neuen Fahrgeschäfte Lassen Sie nicht von der Lohr bauen Wie geht's voran? Ja, der Kies ist noch da Und alles Der Sand Aber das wär der Sand da Okay, okay Was meinen Sie denn? Wie lang werden Sie noch brauchen? Ja, zwei, drei Monate schon noch Wenn wir zügig arbeiten Wird das schon Okay Und äh Was hat das Ganze Was wird das Ganze denn insgesamt kosten? Darüber will ich nicht reden Darüber will ich wirklich nicht reden Also es sind schon hohe sechsstellige Millionbeträge Da will ich nicht zu viel mehr raten sonst Weisst Die spionieren mich aus Irgendwann überall Ich hab gehört Hier gibt's so eine dicke fette fette Party Wer ist denn da alles dabei? Ja Ähm Die Ruhe ist auch dabei Die Kamera weg Was sagen Sie zu der Lage? Skriptisch 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 Skriptisch, ne? Maxi Wollen Sie was sagen? Ich habe es dabei Denken Sie Dieけど Die 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben den perfekten Wagen. Digga, beste Leben. Wenn jemand das sieht, das Video, dann... Wenn jemand genau an dieser Stelle sitzt, kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, wir sind jetzt am snacken, wir sind Currywurst. Ja ne, hauen wir erstmal rein und dann gucken wir was wir noch machen werden, also lass ihn leichter, tschüss. Du musst auf 100 Bruder, fest Digger. Was ist das? Was ist das? War geil hier, ne? Legen wir zusammen hier. Das geht gleich kaputt, ne? Das geht gleich kaputt? Nein, nur einmal, dann ist er kaputt. Was passiert, wenn der kaputt ist? Was ist das? Kann noch mal, kann noch mal, ja! Ja! Oh mein Gott, das ist ganz verrückt. Und jetzt? Jackpot 230! Echt jetzt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Löt bei dir! Wir kriegen jetzt Casino! Ander, du bist da rein! Ich kriegst jetzt 200 von denen! Ja, weil alles ist aufgezählt. Und dann bist du ja geplatzt. Ah! Das kriegst du rein, Mann! Nein, das kostet 4.000! 4.000? Das ist auf dein Ende mehr! Eins auf! Ja, du kannst es drauf! Ja, du kannst es drauf! Da kommt alles drauf! Was macht ihr? Für die Games! Für die Games! For the feeling! For the feeling! 500! 510! Wenn du 500 bekommst, Alter! Maschallah, du hast Glück! 500! 500! 500! 500! Los! Nein! 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 Jawoll! 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 Lass mal laufen! Dauert 10! Ja, passt schon! Oh mein Gott! Ich hab 300! 341 habe ich! Wenn wir alle zusammen tun! Oh mein Gott! Wie geil! Oh mein Gott! Geil! Oh mein Gott! Geil! Ich glaube, ich bin am Glück, wenn wir alle zusammen gehen! Wie viel hast du? Bei sowas ist schon früh! Ja, da kommt noch einiges! Ach, da ist dann erst mal 200, fast schon! Ja, wir machen, ne? Soll ich mal auch um eins zu lösen? Oh mein Gott! Ne, scheiß drauf! Weiter! Ich würd auch gern, aber ohne! Hey! Woohoo! Hoooo! Die Folge der Welt! Mega wird Leuten verrafen! Wir brauchen mehr! Oh yeah! Was ist das denn? Oh shit, war das? Yeah! Ich war eh verrieren! Mega hab ich's gedacht! Ich hab's das ganz aufgehört! Ach nee! Ich glaube, du schaffst das halt auch nicht gerade da! Der Schwung hat, das war nicht weiter. So Leute, haut da rein, lasst ein Like da. Lasst ein Like da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Lasst ein Like da. Und tschüss.